Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Shimmigame Tensei Devil Survivor! Ja, wir waren letztmal bei Belial, wo ich den übelsten Lachflash bekommen habe. Auch wenn ich nicht so ganz weiß warum, war aber ziemlich witzig, wie ich finde. So, bleibe ich jetzt hier oder... Juso hat fast keinen MP mehr, das ist vielleicht nicht so gut. Ja, ok, ich bleibe hier. So, da beleben wir natürlich wieder. Vollheilen. Hinterbewegen. Ja, nicht angreifen. So... Mal gucken, wie weit ich dann jetzt so komme. Belial. Der ist schwach gegen Eisangriffe. Ok. Aber gegen den Rest ist er natürlich stärker. Schon mal keine extra Runde für ihn. Was ich sehr gut finde. Giga-Jama. Na ja. Schade. Mich nervt, dass er sich wirklich danach noch die ganze Zeit heilt. Das ist... Scheiße. Mal ehrlich sein. Aber zumindest muss ich nicht mehr so lachen. Das ist zwar wirklich erstaunlich, wie ich da lachen musste. Einfach so halt. Ohne jeglichen Grund. Und... Das ist... Ja... Puh... Ok. Ok... Ähm... Hat es Viehschaden gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ne... Ne, natürlich nicht. Aber es hätte sein können, dass er dann... Oh Gott, Scheiße. Dass er danach noch Dings vereist wird. Also... Ja. War ja eine Möglichkeit. Nur Schrober jetzt ziemlich schön, wie ich finde. Na, leider nicht. Leider, leider. Ja, das ist jetzt ein bisschen Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, kann ich nichts machen. Heilen kann ich ja nicht mehr. Ja, der hat sowieso keine extra Runde. Da ich keine MP mehr habe für irgendwelche Heilungen. Und ich glaube Berserker wird jetzt verrecken. Wow. Ich verrecke. Und Chuchulein. Berserker hat sogar überlebt. Ok. War jetzt nicht so ganz, was ich erwartet habe. Aber... Gut. Recalm. Zweimal kann ich es noch einsetzen. Finde ich sehr schön. So. Und der soll sich von dort nicht wegbewegen. Ist sehr schön, wenn das das nicht macht. Oh ja, toll. Attack. Und ich konnte es nicht zweimal benutzen, sondern nur einmal. Nein. Äh. Schildall. Das ist ein ziemlich guter Angriff. Äh, ziemlich gut. Gegen den, wie ich finde. Hey, daneben. Block. Block, Block. Und 86 Schaden. Und 250 Schaden. Ja, das war vielleicht nicht ganz das Tolle. Ähm. Ich kann ja nicht viel machen. Weil, ja, der überall Stärke hat. Scheiß Vieh. Naja, 117. Naja, ja. So. Naja, das kann ich beenden. Ah, mit Medodi komme ich noch nicht so weit. Schade. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee wäre, jetzt dann mit Azuro reinzulatschen. Ich bezweifle es. Ich bezweifle das aber aufs Übelste halt. Weil. Ja, okay. Passt mir auch. Äh. Hä? A bag of chips? Halt's Maul. Grob übersetzt. Denkst du, du bist all das und eine Packung von Chips? Echsen Gesicht? Ich werde auf dich drauf treten. Ja. Ich sag mal nix. Yay. Keine MP. Scheiße. Scheiße. Keine MP. Okay. Ja, ja, ja. Du warst nicht stark genug. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So. Da beleben wir mal den Hauptcharakter wieder. Es ist, ja, ich find's ziemlich witzig. Ich mein, gut, ich kann mit Juso da nicht so heilen, aber... Ansonsten funktioniert es doch ganz gut. Ein bisschen Schaden kann ich dem, glaub ich, sogar noch reinhauen. Sondin. Siodin. Und Schild All. Ja. Das ist ziemlich praktisch gegen den. Und Lock. Jetzt natürlich nicht mehr. Aber jetzt ist es auch egal. Siodin und Agedin sollte ich nicht machen. Ne, kann ich danach auch noch. Ich greif nochmal an. Natürlich ein Daneben. 26. 101 Schaden. Ja, ich glaub, der heißt sich da eher. Oh man. Wie es aussieht, ist der einzige, der richtig Schaden macht, mein Hauptcharakter. Und langsam geht mir die MP aus. Was? Vielleicht nicht so gut, dass mir die MP ausgeht. So. So, 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 so. Wow. Läuft grad ziemlich langsam. Aufs übelste langsam. Was ist Giga-Jama? Verwirrung? Ja. Scheißig drauf. Super. Tschutschulein ist weg. 173. 118. 285. Heilt er sich. Ich sehe. Also bist du kein normaler Mensch. Es ist Zeit, die Power von, die Kraft von diesen, von dieser, von dem Dämonengesang dieser Frau zu testen. Aha. 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 Hm, der Beschwörungseffekt ist schwächer, als ich erwartet hab. Äh. Es braucht wohl Zeit, damit sich die Power an meinen Körper angewöhnt anpasst. Ich bin jetzt fertig mit euch zu spielen. Ich hab jetzt einen neuen Sinn. Diese Frau und alle von euch werden, ihr alle werdet in Flammen umhüllt sein. Ja, ich werd ihnen das nicht zulassen. Auch wenn ich grad nichts machen kann. Muss man so sehen. Ja, jetzt bleibt mir wahrscheinlich nicht grad viel übrig. Ähm, in der Hoffnung ich mach genug Schaden. Was ich bezweifle. Oh, Sandin kann das sogar noch. Ah, das war natürlich nicht genug Schaden. Ja. 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 Azzurro ist weg. Der hat sich auch ein bisschen was geheilt. Hätte ich vielleicht nicht so ganz machen sollen. Ja, ja, ja. Auf die scheiß ich irgendwie. Ernsthaft? Die sind mir grad sowas von egal. Die sind mir grad sowas von egal. Leck mich. Ja, nicht genug. Schwäche bei der Karabie. Ach du Scheiße. Puh. Okay, ich glaub diesen Kampf hab ich verloren. Umdrehen, also umreißen kann ich da wahrscheinlich gar nichts. Es sei denn ich schaff's jetzt noch irgendwie aus irgendeinem Zufall den hier jetzt weg zu hauen. Was aber wahrscheinlich nicht so aussieht. Ja. Ja, ich bin aber tot. Ui. Das Feuer ist von Sodom. Ui. So eine wunderschöne... Äh, so ein... Expression. Scheiße. Expression. Hm. 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 Äh... So ein... Ja. Verhalten ist es nicht. Ansatzweise nah. Äh, menschlicher Schmer... Menschlicher Schmerz ist glorreich. Lasst mich mehr für euch bringen. Äh... Verdammt. Ah, er wird Haru umbringen. Ja, es sei denn du kannst du es verhindern. Was ich total bezweifle. Was der Karab... Oh, scheiße. Der Karabia ist tot. Scheiße. Okay. Also dieser Kampf ist auf jeden Fall vorbei. Boom. Welch. Boom. Welch. Okay. Ich habe aber Bayer schon mal auf die Hälfte seines Lebens runtergebracht, was ich ziemlich witzig finde. Ja, ja, ja. Das hatten wir alle schon mal. Ähm. Mhm. Ja. Machen wir Continue. Oh. Scheiße. Ähm. Ja. Ne. Kann ich da auch... Irgendwie... Nein, kann ich nicht, wie es aussieht. Ja. Bleibt mir nicht viel. Nicht viel bis zu gar nicht. Masiudin. Masiudin. Ja, klar. Natürlich. Für einen einzigen setze ich jetzt Masiudin ein. Ähm. Ne. Ich glaub... Mir bleibt da wirklich nichts. Kann ich den Kampf jetzt sogar aufhören. So, Leute. Wisst ihr was? Ich beende hier. Werd dann wahrscheinlich wieder leveln gehen. Wir sehen uns dann... hoffe ich mal nicht zu all zu lange her wieder. Ja. Also bis demnächst, Leute.